Wir sind hier, ich bin hier gerade weit weg. Ich bin hier. So was machen wir jetzt? Warten auf die Presse und die Konferenz. Zusammengesetzt, Pressekonferenz. Nur wir? Nur wir, ja. Warten auf die Presse und die Konferenz. Was ist los? Bier trinken. Ein Mr. Tanzhäffle. Ich hab immer ein Tanzhäffle hinten drin. Immer ein Tanzhäffle. Das ist unser Mann. Was hält dich wach, wenn du müde bist vom Tag und den Stress überall? Ich hab immer ein Riesenformat. So ist die Halle der Saiety. Ich auch. Ein Feier. Oh Baby, tanz nur, tanz nur. Flieh mit der Musik immer schön. Geradeaus in den Streckenplan vertief. Die Welt hinter dir ist drauf. Schau nicht zurück. In der bunten Welt von morgen findet jeder Fick sein Glück. Starte den Antrieb los. Sei ja nicht antriebslos. Die Lorbeeren, die du suchst, liegen nicht in Muttis Schuss. Steig auf unser Floß, lass dich dran rigoros. Mit I-Fire auf der Bälle lassen wir die Leinen los. Was hält dich wach, wenn du müde bist vom Tag und den Stress überall? Ich bin relativ früh gespielt, so um 15 Uhr. Das ist natürlich nicht so die Primetime-Offestivist. Aber dafür war echt viel los und die Leute waren echt gut begeistert, wenn man das so sagen kann. Also wir haben Lust mitzumachen und es hat echt Spaß gemacht. Und hinter der Bühne war sowieso alles verorganisiert. Daumen hoch. Daumen hoch. Zu essen kann ich noch nichts sagen. Ich bin gespannt. Gerade gestört worden. Aber nächstes Mal, wo die Primetime haben. Die das klar sind. Da brauchen wir weiter. Okay. Sie werden es lieben. Der schreibt sich nur mit dem Kommentar. Das ist geil, dass du Rotgeld grünen kannst, obwohl er am Gibbler gegen war. Was meinst du? Wo du so sagst, dann weiß ich nicht. So was ist eine afrikanische Farbe. Deswegen hab ich das Original direkt am Arsch. Der war. Ich hab grad noch mal Joachimik in der Stadt gesehen. Ich stehe sogar. Abimus Kaka. Ja. Was hält dich wach, wenn du müde bist vom Tag und den Stress überall? Alle. 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 Ai. 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 Ich zeig das, wenn wir wieder zum Eingstraja. Vielen Dank, man. Dankeschön. Cool. Ja, gern. Dankeschön. So schnell kommt ihr hier nicht mehr raus, bis es geht. Hallo. Hi. Komm. Ja. Moin. 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 This is fun. You know how we do. Ab und zu muss man ein bisschen Geld verdienen, wenn man noch überleben kann. Ihr kennt das Geschäft. Bling, bling. 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 Schön zu zeigen. Wunderschla", aber natürlich unterschrieben. Musik Einen?